German Kurs Deutsch für Anfänger Teil 41 Politik Darf ich dich was fragen? Interessierst du dich für Politik? Ich bin nicht Mitglied einer politischen Partei. Aber ich möchte wissen, was Parteien und Politiker tun. Besonders der Bürgermeister und der Bundeskanzler. Weißt du schon, welche Partei du wählen wirst? Du meinst bei der Bundestagswahl am Sonntag? Du meinst bei der Bundestagswahl am Sonntag? Demokratie ist mir sehr wichtig. Und zu deiner Frage? Ich habe mich noch nicht entschieden. Und du? Es ist eine geheime Wahl. Ich möchte es nicht sagen. Schwarz, Rot, Grün und Gelb ist doch alles dasselbe, oder? Es gibt auch Unterschiede. Du musst dich informieren. Dann kannst du eine Entscheidung treffen. Bis bald! Darf ich dich was fragen? Interessierst du dich für Politik? Ich bin nicht Mitglied einer politischen Partei. Aber ich möchte wissen, was Parteien und Politiker tun. Besonders der Bürgermeister und der Bundeskanzler. Weißt du schon, welche Partei du wählen wirst? Du meinst bei der Bundestagswahl am Sonntag? Demokratie ist mir sehr wichtig. Und zu deiner Frage? Ich habe mich noch nicht entschieden. Und du? Es ist eine geheime Wahl. Ich möchte es nicht sagen. Schwarz, Rot, Grün und Gelb ist doch alles dasselbe, oder? Es gibt auch Unterschiede. Du musst dich informieren. Dann kannst du eine Entscheidung treffen. Bis bald! Oder, Craft, Grün und Gelb. Ich wollte es nicht sagen. Es ist eine Entscheidung, wenn ich wieder.